Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 days to die. Wir schwingen uns jetzt, oder haben uns geschwungen auf das Motorrad und wo muss ich denn hin? Da oben hinten. Entfliehen jetzt einfach mal kurz dem Schnee und versuchen hier irgendein, da versuchen wir nicht hochzukommen. Bitte würdest du jetzt mal... Dankeschön. Also ich glaube, das gestaltet sich jetzt hier noch wieder ein bisschen schwieriger raufzukommen. Wir wollen jetzt nämlich direkt ins zerstörte Biom und uns noch mal dem Schatz widmen, in der Hoffnung, dass wir ihn tatsächlich vielleicht irgendwo in den unendlichen Weiten... Hupala. Aua. Ich sollte vielleicht gleich mal einen Painkiller nehmen, wenn ich wieder irgendwo festen Boden unter den Füßen habe. Was ist denn hier los, Freunde? Fun Pims, was stimmt mit euch nicht? Wer stellt denn solche Berge irgendwo hin? Wir sind doch hier nicht in den Rocky Mountains. Mann, Mann, Mann. So, also wenn festen Boden unter den Füßen, dann noch mal ein paar Hupala. Ein paar Legs zu uns nehmen. Nein, die Legs kommen von ganz alleine. Ein paar Penkillers. Und dann hoffe ich doch einfach mal, dass wir... Meine Herren, also heute hat er es echt... Also sowohl ich... Wird es jetzt mal aufhändig an diesen Stein hier rumzubacken? Oh, hier waren wir schon drin. Ja, genau. Hier gab es ja den... Geierangriff. Ah, ist... Also sich mit dem Minibike vorzubewegen, ist schwieriger denn je. Man ständig irgendwo hängen bleibt. Mein Rechner ist gerade auch mal wieder ein bisschen damit überfordert, hier das ganze Terrain nachzuladen und das neue Gebiet aufzubauen. Aber gut. Das ist halt eben das Los, das man trägt, wenn man mit dem Minibike unterwegs ist, weil er dann so schnell so viel nachladen muss. Das... Ja. Und wenn man dann nicht unbedingt... Hm... Ich sag mal, für solche Aufgaben den potentesten Rechner mit der fancysten Grafikkarte zur Verfügung hat, dann... Ja. Müssen wir das Beste draus machen. Und ruckeln uns hier so durch die Landschaft. Aber wir müssten ja bald da sein. Hier ist ja schon mal das zerstörte Biom. Sehr schön, sehr schön. Fahr bitte weiter. Und dann will ich jetzt endlich diesen Schatz haben. Es kann ja nicht wahr sein, dass wir den nächsten Schatz nicht heben können, weil irgendwas da rumzickt. Wie mit dem Schatz im Silbersee da. Den werde ich auch nicht vergessen, ne? Das ist... Wie der mich... Wo kommt denn der Fifi her? Das wollte ich jetzt aber nicht. So. Wir dürften nicht mehr ganz so weit entfernt sein hier von dem Loch, was wir in den Boden gerammt haben. Nicht, dass wir da selber noch reinfahren oder so, ne? Guten Morgen, liebe Zombies. Schönen Tag auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir mal. So. Da war es wieder. Das schreiende Baby. Ich mag das zerstörte Biom nicht. Aber wer tut das schon? Genau. Falls tatsächlich jemand unter euch ist, der das zerstörte Biom richtig, 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 richtig toll findet. Sagt mal Bescheid. Es würde mich mal interessieren. Oder gibt es vielleicht tatsächlich mal jemanden, der seine Basis im zerstörten Biom errichtet hat. Das wäre natürlich... Jetzt wird es, glaube ich, langsam echt mal Zeit für einen Painkiller. Das würde mich ja natürlich mal sehr, sehr interessieren. Weil hier eine Basis errichten, glaube ich, würde ich definitiv nie nicht wollen. So. Ach, da hinten geht es auch noch hin oder was? Hier ist immer noch... Okay, komm. Erstmal hier ein so ein Dingens einwerfen und dann trinken wir nochmal eine Runde, weil irgendwie ist mir auch nicht so viel... Aber gut, den lassen wir mal, weil wir können ja dann noch... Dann haben wir wenigstens Durst für später. Und wenn er sich jetzt hier drunter verbirgt, ja, dann fresse ich einen Besen. Aber ich glaube, ich müsste hier unten eigentlich doch gewesen sein. Also bis hier vorne ran, ne? Hm. Aber so viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Oder er ist tatsächlich drei tief, dann... Dann haben wir ein Problem. Hier vielleicht? Ne. Bringt Wesen auch wieder ein bisschen Sand und Steine und so, aber... Ja, ich hätte ihn gerne schon viel schneller gefunden, als mich jetzt hier durchs halbe zerstörte Biom zu buddeln. Das muss ja nun auch nicht sein. Was sind das denn hier für Stelzen? Ach, vom Baum. Oder ist das unter dem Baum? Na? Das wäre es ja noch. Der Schatz unter dem Baum. Hm. Oh, geht die Ausdauer flöten? Ich sehe es gerade. Nehmen wir mal lieber unsere Woodfilms nochmal weg. Weil theoretisch ist ja... Was? Bis hierhin ist noch Schatz? Wie bitte? Echt jetzt? Oh Mann. Habe ich das die Nacht etwa nicht so richtig gesehen, oder was? Hm. Wir trinken nochmal ein bisschen was. Ich dachte, ich hätte irgendwie auch nochmal Punkte in die Ausdauer gesteckt, oder habe ich mich da getäuscht? Hm. Ach ja, Leute, nee. Oder ich hätte das jetzt eigentlich vielleicht lieber außerhalb der Aufnahme machen sollen und euch dann einfach dazu schalten, wenn ich ihn gefunden habe. Aber irgendwie... Weil man weiß jetzt ja auch wieder nicht, wie lange dauert der Spaß hier, ne? Aber das kann ja jetzt auch sich noch hinziehen, wenn dann das Gebiet sich hier doch noch weiter ausweitet, als ich gedacht habe. Na, würdest du mal bitte schön da hinhauen, wo ich das will? Schätzelein? Mit dem Oga, also jetzt keinem grünen Dingsbums, sondern... Was treibst du dich denn da bitte schön in meinem Loch rum? Oh, das habe ich da hingehackt. Fremden ist der Zutritt nicht gestattet. Oder wolltest du mir helfen? Hm? Hallo? Hier oben? Uhu. Ja, da bist du jetzt ein bisschen sauer, ne? Hm. Kann ich verstehen. Oh, er hinterlässt ein Sandwich. Ja, danke schön, lieber Zombie, dass du hier so ein bisschen helfen wolltest. Hättest du mir einfach auch lieber gleich verraten können, wo der Schatz liegt. Dann hätten wir uns das Gebuddel hier gespart. Mann, oh Mann. Zumal hier bin ich ja mitunter, glaube ich, drei tief sogar, oder? Was ist das hier? Hm. Ach, Schatz, wo bist du denn? Kann ja nicht wahr sein hier. Hier vorne habe ich mich ja auch schon reingebuddelt. Au. Lass das. So kann man es dann auch einfach machen. Da muss man hier wesentlich alles weggraben. Ah, habe ich schon wieder keine Ausdauer mehr. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Gebiet bis hier hinten hin rein reicht. Also irgendwie lässt du das mal. So, danke schön. Da muss ich den Abend, äh, oder die... Ich habe ihn gefunden. Ich habe den Schatz gefunden. Hö, 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 hö. So, davon gibt es jetzt bald ein Foto. Man sieht nicht viel, aber doch, Schatz, hier, komm. Wir bringen noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Das kann ja nicht sein hier. Geh aus dem Weg, Baum. So, dann sieht man ihn vielleicht ein bisschen besser für auf dem Foto. Ja, habe ich den Taschenplatz? Bedingt. Ja, ach doch, das müsste reichen. So, und dann gucken wir mal, was dieser jahrelang drauf gewartete und viel Schweiß und Dingens gekostete Schatz mit sich bringt. Hm. Na gut, ein Scharfschützen-Verschlussgehäuse, aber naja. Ich sag mal nix, ne? So, hier kommen, haben wir den hier noch weg. Das bringt ja Kohle und bringt ja Holz und wir haben ja beides am Mann, also kann auch dieses hässliche Ding hier mal eben das Zeitliche segnen. Tschüssi. Jetzt möchte ich hier gerne einfach nur raus. Hallo, meine Woodframes noch einpacken. Dankeschön. Boah, habe ich geparkt? Ich glaube hier vorne irgendwo, ne? Vielleicht sollt ihr einfach oben auf die Karte gucken. Mensch. Mann. So, dann können wir den hier auch noch mit wegmachen. Das geht ja mit der Axt relativ flott und relativ schön. Warum ist mir den jetzt so warm? So, Rezepte. Wir machen ein bisschen Leder. Ich weiß nicht, wie viel ich für einen Poncho brauche, aber ich mache mir einfach mal 20. Maple Seed. Sind die von dem kaputten Baum jetzt gerade? Hm. Wie auch immer. Komm. Komm. Der zerstörte Biom soll schöner werden. Ist die Devise. Brauchen wir genau 20. Passt. Sehr schön. Ja, dann haben wir das auch abgearbeitet. Ging dann doch wiederum schneller, als ich dachte. Und dann... Was bringen die eigentlich immer so? 33? Hupala. Ne, das hier. So viel bringt das. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Radkappe. Krams. Das ist ja schon ein bisschen beschädigt. Da können wir auch noch mal ein bisschen daran rumdoktern. Ja, toll. Da droppt schon der erste Kram. Sandwich schmeiße ich weg. Kaffeebohnen schmeiße ich weg. Damit ich jetzt eben den Radiator aus Messing... Electrical Parts. Was liegt denn noch um Kaffee? Mechanical Parts kriege ich nicht mit. Minibike. Schnell zum Minibike. Schnell, 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 schnell. Irgendwo hier steht es. Da steht es rum. Aufspringen. Hinfahren. Hä? Wo war ich denn jetzt gerade? Wahrscheinlich sind die Parts sowieso nicht mehr da, die ich haben wollte, aber... Dann kommt jetzt ja erstmal der Kram rein. Obwohl, das deckt ja so ein bisschen. Aber die hier nicht und die hier nicht. Und der Kochtopf. Schnell wieder hin. Oh, ein Vogelnest. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ich lasse mich viel zu schnell ablenken. So, es müsste eigentlich das Auto hier gewesen sein. Ach ja, gut. Ha, sehr schön. Und dann nehmen wir die Karren hier gleich noch mit. Ich brauche sowieso noch ein bisschen Sprit. Und ich überhitze. Tirelli. Dann nehmen wir doch einfach den Mantel weg. So, komm, die Radkappe. Ich mache mir sowieso keine Sprengfallen oder sowas. Dachte ich zumindest, glaube ich. Und dann kann ich mir auch einfach den Poncho anziehen, ne? Ich habe ja jetzt wieder einen. So, wenn die hier schon mal so rumstehen, die kaputten Dinger. Und ich habe mir ja sagen lassen, ich habe irgendwie zu wenig Parts. Ja, da ändern wir dann jetzt auch mal ein bisschen was dran. Und nehme noch mal ein paar Parts mit. Mechanical und Electrical oder was da rauskommt. Und dann muss ich mal auf einen Zettel gucken. Ach ja, habe ich mir auch sagen lassen, dass ich Garagentore herstellen soll. Denn die sind wohl, warte mal, finde ich die so hier drin? Ein metallenes Garagentor. Was brauche ich dafür? Ja, mechanische Parts, Sprungfedern oder Schraubfedern und Eisen. Und die sollen wohl beim Händler ein nettes Sümpchen an Geld einbringen. Aber dafür brauche ich natürlich erst mal Parts. Also müssten wir wahrscheinlich dann doch noch mal ein bisschen mehr Krimskrams auseinanderlegen, zerlegen. Also jetzt hier so Fernseher und sonstige Dinge. Wo habe ich denn jetzt schon wieder geparkt? Die ewige Suche nach dem Auto. So, was haben wir denn jetzt hier alles Nettes? 27 mechanische, drei elektrische Parts, zwei Radiatoren, eine Funzel. Boah, warum nicht? Kann man ja mal machen. Was haben wir hier noch drin? Haben wir hier irgendwas drin, was stacken tut? Ein bisschen Stoff. Müssen ja jetzt hier nicht mit so viel Kram rumrennen. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal kurz auf die Karte. Da kann ich den Wegpunkt löschen. Und auch den, ist das der Schatz, wo ich gerade bin? Ja. Müsste er sein. Jo. Dann haben wir den auch abgearbeitet. Ist er endlich weg? Bei diesem komischen Brocken müsste ich schon gewesen sein. War ich denn hier schon? Wir fahren da einfach mal hin. Fahren da quasi dran vorbei. Und dann auf direkten Wege zu uns nach Hause sammeln wir noch mal ein paar Parts ein. Fahren dann hier hin, also ins alte Zuhause sozusagen. In welche Richtung muss ich nach da hinten? Nee, so rumwenden bitte. Sammeln da noch mal die paar Parts ein, die wir noch in unserer alten Behausung haben. Meine Fresse, ist das denn die Möglichkeit? Ich kriege ja die Tür nicht zu. Huch. Das hat mich jetzt ein bisschen verjagt, aber auch nur ein bisschen. Ach so, das ist das da. Ja gut, das kennen wir schon. Ich glaube, da ist wieder irgendeine Schlange oder sowas. Ja, komm, geh weg. Ich komm den Berg nicht hoch. Lass mich in Ruhe. Da ist ein Geier. Ja, Geier, du kannst mich auch mal, kannst mich mal gern haben, Freundchen. Wie, und jetzt hier ist das, was so viereckig aussah? Oder was? Ach, ist gar nicht mehr da quasi. Wo ist der Piepmatz? Ich will nicht schon wieder eine verknockt kriegen hier von dem. Zu spät. Bleibst du wohl hier? So, dankeschön. Ja, komm, und ihr könnt machen, dass der, also was auch immer da war. Ihr habt es ja selber gesehen. Da war irgendwas und jetzt ist es auf einmal weg. Und wie auch immer. So, was habe ich gesagt? Wo habe ich mal gewohnt? Das müsste eigentlich, wo wandelt, hier vorne gewesen sein, glaube ich. Da ist der Weg weggedüngstert. Ja, schneller Wegpunkt. So, dann fahren wir da, wie gesagt, mal eben hin. Ich wiederhole mich. Holen den Kram. Plack. Lass das. Und dann gucken wir mal, was wir da so an Garagentoren zusammengezimmert kriegen draus. Und was die überhaupt bringen. Weil ich wollte ja auch noch mal vor Tag 28 zu diesem, oh, da ist der Fifi wieder, zu diesem Händler hin. Dann nochmal gucken, ob ich da vielleicht den ein oder anderen Kramszeug, den Kramszeug, mhm. Ich wollte ja, glaube ich, was ganz anderes sagen. Aber naja, dass also das ein oder andere Zeug nochmal netterweise abgefrühstückt kriege. Ich wollte schon sagen, wo ist denn bitte schön mein Terrain hin? Die Ausstattung dieses zerstörten Bioms. Ich vermisste es schon. Ja, und dann Munition, ne? Da müssten wir dann vielleicht doch tatsächlich nochmal vorher irgendwie einen Lootausflug durch die Stadt machen, damit ich ein bisschen Schusswaffenkrams kriege. Weil, ja, für die Armenbrust kann ich mir tatsächlich, müsste ich noch genug Federn und so ein Krams haben. Das sollte laufen. Aber so richtig Schusswaffenzeug habe ich, glaube ich, nix mehr. Hm. Schade, schade Schokolade. Und doof ist jetzt, dass wir eigentlich an unserer alten Behausung vorbeikommen, bevor wir bei der neuen Behausung sind. Ist hier noch etwas Nettes drin? Ne, sieht nicht so aus. Weil die Taschen ja auch wieder voll sind. Also kriegen wir auch aus unserer alten Behausung nicht mehr so viel Zeug mit. Also zwar ein paar Parts, weil die habe ich ja sowieso in der Tasche. Das steckt ja, famoserweise. Aber nichtsdestoweniger ist da ja noch mehr Kram, den wir schon längst immer mal wieder abgeholt haben wollten und es nie getan haben. Och, endlich raus aus dem zerstörten Biom. Da ist unsere alte Verteidigungsplattform. Grüß dich. Hallo. Ja, und dann kann es ja auch tatsächlich möglich sein, dass hier drin schon irgendwie da jemand anders wohnt, ne? Das ist ja, wir waren ja auch ein bisschen länger wat weg. So, dann schauen wir doch hier mal rein. Gibt es hier vielleicht Loot Respawn? Ne. Sonst jemand da, hier? Ne. Warum habe ich das da unten eigentlich nicht zugemacht und habe da noch den Wood Frame stehen lassen? Echt jetzt? Mann, 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 Mann. So, hier habe ich... Oh Gott, ich habe tatsächlich keine Parts mehr. Ich bin gerade ein kleines Stückchen schockiert. Also doch ein Stückchen. So, was möchte ich denn hier mitnehmen? Möchte ich da überhaupt was von mitnehmen oder vielleicht lieber hier raus? Hier haben wir zumindest noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Die Reparatur-Kids will ich jetzt mitnehmen. Das hier. Ich könnte wahrscheinlich zusammenbauen Zeug, Krams, ne? Aber irgendwie lohnt sich das jetzt, das jetzt hier alles zusammenzubauen, um es dann bei uns alles wieder auseinanderzubauen? Hm. Ich weiß nicht, ob das Samen sind, die ich, äh, haben möchte. Deswegen schmeiße ich die jetzt einfach mal raus. Also es kann gut möglich sein, dass das tatsächlich nützliche, aber ich weiß es nicht. Von daher, ähm, so nehme ich jetzt die Lampen mit. Die Rohre habe ich dran, am Mann. Hieraus mache ich jetzt einfach, ne, Rezepte, Leder, dann steckt das und dann habe ich da wieder einen Platz mehr. Was könnte von hier noch nützlich sein, was ich gerne, ich glaube, Kohle habe ich noch im Motorrad. Hm, das nehme ich noch mal mit. Da gucken wir noch mal schnell raus ins Moped, ob wir da noch irgendwas reinschmeißen können. Wir können es mir jetzt schon mal ein bisschen nachtanken, das ist ja schon mal etwas. Kohle, genau. Ähm, Papier, Leder, noch irgendwas, was da rein kann. Hm, ich glaube, auf den ersten Blick würde ich spontan sagen, ne. Äh, gut, also, äh, Run, tut mir leid, hier habe ich jetzt, upala, keine, na, na, keine mechanischen oder elektrischen oder sonstigen Parts mehr. Also da müssen wir tatsächlich noch mal einen kleinen, äh, Lootausflug machen, um ein bisschen Zeug zu holen. Dann nehme ich das Öl noch mal mit und ich glaube, das Potassium, ach, hatte ich sowieso am Mann, sehr gut. Dann nehme ich lieber die Farbe mit. So, habe ich leere Gläser dabei? Ja, dann kann ich das auch noch mal, ich mache einfach mal so. Hm, irgendwas anderes habe ich noch aufgenommen. Ach, noch mehr Öl. Ah, ich hatte zwei Stacks Öl. Hm. Hm. Dann ist das wohl so. Habe ich hier eigentlich noch was drin? Ich gucke, glaube ich, jedes Mal hier rein. Ne, habe ich nicht, schade Pech. So. Dann hüpf. Tür zu. Ja, ich vermisse es nicht. Lass mich. Dann düsen wir mal ab nach Hause und schmeißen einfach mal und gucken, wie viel, und ich habe es wieder, beinahe wieder geschafft, in dieses Loch zu fahren. Und gucken mal schnell, das möchte ich nämlich gerne noch mit euch zusammen machen, was denn diese Garagentouren und wie lange die auch so. Also, die müssen ja in der Werkbank, ne. Das, also, die Zeit, die haben wir jetzt noch. Ist auch so ein bisschen hin und her gerade. Aber ich kann dann zumindest schon mal wieder zwei, drei Dinge von meiner Liste streichen, die ich gerne vor der Horde noch erledigt haben wollte. Und ich finde es auch gerade gar nicht mal so schlecht, dass wir uns jetzt so um, oh, man sieht sie da schon. Oh, es wackelt und ruckelt und ruckelt und wackelt. Dass wir uns jetzt gerade echt, ähm, Pöck, um die Behausung nicht mehr so wirklich, also, äh, nein, nicht in die Spikes fahren. Nein, nicht in die Spikes fahren. Was mache ich denn da? Wie komme ich hier raus? Hm? Was bitte soll das? Das halte ich jetzt ja aber für höchst merkwürdig. Wenn ich jetzt absteige, was passiert dann? Ich kann weder vor noch zurück, also muss ich absteigen. War ja klar. Und warum läuft das Motorrad jetzt noch? Okay. Dann muss ich also eben hoch die Sachen wegbringen, dann wieder runter. Die Sachen aus dem Motorrad rausholen. Ähm, was haben wir denn hier drin? Wir haben ein bisschen Technikzeug. Das wäre nämlich einmal hier der Radiator, wobei den können wir einschmelzen. Dann haben wir die hier, die hier, das hier. Dieses, welches Reparatur geht's, tue ich da auch rein. Öl tue ich da rein. Sprit tue ich hier rein. Ähm, Müllkiste. Ich hoffe, das geht mir jetzt nicht in Dutt da unten, das Moppet. Dann haben wir hier oben eine Händlerkiste, da kann nämlich der Helm rein und die Nuggets. Und auch das hier. Dann haben wir die Einschmelzkiste. Und die Materialienkiste. Da packen wir das Klebeband rein. Die Farbe. Potassium habe ich, glaube ich, in der Munitionskiste drin. Korrekt. Und da kann ich natürlich auch die Munition reinpacken. Das macht Sinn. Dann haben wir hier die Trinkenkiste. Da möchte ich gern das hier rein tun. Und in die Ästenkiste das hier. In der Trinkenkiste hätte ich auch das lassen können. So. Schnell wieder runter. Ich hoffe, ich kriege das Motorrad da nochmal wieder raus. Also, indem ich es zerlege, ne? Aber. Mal gucken. Als Mindest komme ich an den Kofferraum ran. Kriege ich den jetzt hier mal ausgeleert, oder? Ja. So. Wie viele Teile sind denn das Minibike? Ach komm. Nein. Was ist das? So. Was haben wir denn primär? Oh Gott. Wir gucken erst mal kurz in die Einschmelzkiste, weil da kann das rein. Das war es dann auch schon wieder. Wie doof ist das denn? Dann haben wir Stoff und Kleidung. Da kommt dann das hier rein und dieses hier. Hier tue ich mal Dosen rein. Das hätte auch noch in die Einschmelzkiste gekonnt. Die Tür kommt rein. Oh, haben wir schon zwei. Ähm, das kann auch eingeschmolzen werden. Oh Mann. So, so. Nein. Hört es mal wieder auf. In die Materialienkiste packe ich jetzt auch die. Oh. Maple Seeds, Pine Seeds. Es ist so doof, weil ich nie weiß, sind es jetzt welche oder sind es jetzt keine und deswegen schmeiße ich sie da einfach weg. So, in die Essenskiste tue ich jetzt den Kochtopf rein und auch die Samen, die eingesammelten Biere. Was haben wir hier noch? Munition, da kommt nämlich dieses und welches. Waffenteile, das und das. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass ich das Motorrad da unten wieder aus dem Fängen meiner Spikes befreien kann. Ohne, dass ich hier wieder selbst, äh, mich kaputt mache. Na komm. So, die sind schon mal wieder heile. Okay, liebes Motorrad, äh, dann nehmen wir einfach mal raus, was geht, ne? Auch schön, dass es keine Farbe mehr hat, quasi. Jetzt bin ich aber mal in Sprit los geworden. Ne? Ja. Aufnehmen. Ja, ich glaube, da habe ich mal eben flott ein bisschen Sprit vernichtet. Und warum hat das jetzt keinerlei Haltbarkeit mehr? Hä? Ach. Ja, dann müssen wir uns, glaube ich, ein neues Motorrad machen. Reparaturkit. Reparieren kann ich das auch nicht. Du hast nicht die erforderlichen Materialien im Gegenstand zu reparieren. Hm, ich glaube aber, Weil der Rest ist doch, hier liegt doch nichts rum, ne? Also hier kann ich doch nichts aufnehmen. Er hat doch nichts gedroppt. Ah, wie doof ist das denn jetzt? Jetzt will ich mal was ausprobieren. Was ist denn, wenn ich jetzt, äh, in die Technikkiste? Und jetzt hier mal kurz schlechte Reifen. Werkbank. Jetzt da rein tue und jetzt hier rein tue. Ich weiß, dann sind sie nicht wirklich besser, aber mir geht es jetzt einfach nur darum, dass ich die Sachen nicht verliere. Weil das ist immerhin ein 542er Motor. Den möchte ich jetzt eigentlich ungerne. Oder was ist? Ach Gott, ich probiere es jetzt einfach mal und repariere das Ding. Gucken, funktioniert es? Oder ist der jetzt weg? Ne, da ist er. Gut, den Sitz brauche ich nicht reparieren. Die Batterie, glaube ich, möchte ich reparieren mit was. Ja, auch wenn er mich steinigt und vier teilt, aber ich habe da jetzt keinen, keinen anderen. Ich wusste mir jetzt nicht zu helfen. So, jetzt brauchen wir nochmal, ähm, unter was finde ich das denn? Minibike, Taschenmotorrad, Sitz. Dazu brauche ich vier Rohre, sieben Leder, vier Klebeband. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir brauchen immer nochmal die Scheinwerfer. Aber ich glaube, das brauchen wir hier nochmal. Wir haben ja sogar noch einen schlechten Sitz. Leder und Klebeband. Leder befindet sich, warum ist mir denn so kalt? Komm, ab in den Mantel, mein Freund. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen, nein, das ist Stoffhetzen. Ich wollte Leder. Und dann brauchen wir nochmal irgendwie, ähm, Klebeband. Ich glaube, wir haben kein, oh Gott, wir haben kein Cotton. Finde ich den jetzt auf die Schnelle? Da steht schon mal einer rum. Wie viel brauche ich davon? Ich glaube, vier, ne? Oder sowas. Aber hier ist ja, hier sollten wir ja schnell fündig werden. Das geht ja ratzfatz, Gott sei Dank. Irgendwie braucht man das sonst auch nie wieder im Spiel. Man braucht das irgendwie zu Beginn, um sich ein bisschen Klamotten zu fertigen oder so. Oder dann, wenn man das erste Minibike herstellt, aber dann gefühlt nie wieder. So, dann machen wir uns erstmal jetzt hier den, äh, Taschenmotorrad-Sitz. Was brauche ich hierfür? Was fehlt mir denn? Elektrische Teile. Okay, die habe ich auch hier oben drin. Ne, die hier brauche ich, glaube ich. Ach komm, ich nehme jetzt einfach mal alles mit, bevor ich zu wenig davon habe. Und dann, so, dann haben wir jetzt hier wieder das Minibike. Was fehlt mir jetzt noch wieder? Den Handdingens. Was fehlt mir denn für den Handgriff? Warum fehlt mir denn? Bin ich wieder blöd? Was fehlt mir? Du hast nicht die nötigen Rohstoffe, um dies zu bauen. Haben? Ach so. Die Eisenrohre waren es wieder. Die Eisenrohre. So, dann machen wir jetzt mal hier den Handgriff und es eben, ach, den muss ich dann, gerade hat das hier aber nicht angezeigt. Mann, 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 Mann. Ihr seht schon, ich bin, das bringt mich jetzt total raus, dass der unten unbedingt, äh, dass das unten in den Spikes so vehement verreckt ist. Das ist ja echt furchtbar. So, dann bauen wir uns das Ding hier nochmal. Und was brauchen wir für den Rahmen? Clay. Na, Clay. So, da haben wir doch hier noch ein bisschen was drin. Ach, ich gucke in die Schmiede rein und sie hört spontan auf zu brennen, oder was? Mini. Nee, äh, Fahrwerk. Hier habe ich den Lenker. Was? Ach so. Ach, Mann. Entschuldigt bitte. Es ist, ich bin, es, keine Ahnung. Ja, es ist mal wieder geschehen. Ich schmeiße einfach mal Dinge über Bord. So, und zwar brauche ich jetzt hier den, nicht den, ach, auch schön, dass er unter Nipp findet, er trotzdem das Taschenmotorrad. Okay, gut. Warum nicht? Soll er mal machen? Können da, glaube ich, noch ein bisschen mehr reinballern. Schadet ja nichts. So. Und was ist denn jetzt, wenn ich, kann ich denn den doofen Sitz hier mit dem Sitz da kombinieren? Und, nö, weil er kaputt ist. Ja gut, kann ich den noch verkaufen? Nö, weil er kaputt ist. Komm, dann ab dafür zerlegen, weil ich kriege mir jetzt ein bisschen Scrap-Gedöne raus. So. Ach, ich habe den jetzt da drin zerlegt. Gut, dann kann er an dieser, ach so, hier habe ich Sprungfedern, habe ich am Mann. Dann gucke ich doch mal nach Garagentor, Altmetall-Garagentor. Wie viel kriege ich denn hin? Zwei Stück, weil was fehlt mehr? Scrap-Gedöne? Hm. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also dann müssen wir auf jeden Fall, wobei ich kann ja hieraus noch ein paar, ein bisschen Sprit machen, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Loot-Tour machen. Müssen Autos auseinandernehmen, und, äh, weil wir brauchen definitiv mehr Sprit. Wobei, ne, haben wir jetzt ja ein bisschen was rausgewonnen. Mehr Sprit, mehr mechanische und elektrische und keine Ahnung was für Teile. Also von daher, das war jetzt irgendwie doof. Keine Ahnung. Naja, passiert. Und wir gucken einfach mal in der nächsten Folge, setzen wir unser neues Motorrad dann wieder zusammen. Vielleicht ist der, ja, gut, ist jetzt ein bisschen besser geworden. Nicht viel, aber immerhin. Und dann sage ich Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.